Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Tesla Nachrichten. Heute schauen wir uns mal alle Details zum Cybertruck an. Die Präsentation war letzte Nacht. Wir beginnen einmal mit der Beschleunigung im Vergleich zu einem Porsche und schauen natürlich noch auf weitere technische Daten, natürlich auch die Preise, den Innenraum schauen wir uns an und natürlich weitere Funktionen, die mit dem Cybertruck kommen, die tatsächlich sehr interessant sind. Ja, sehr interessant ist auch die Beschleunigung. Du hast es gerade gesehen, da muss sich der Cybertruck wirklich nicht verstecken und das selbst mit einem Anhänger. Es gibt viel Feedback, viele Meinungen dazu. Wenn man heute Morgen auf Twitter geht, dann sieht man doch sehr stark, dass es einerseits Leute gibt, die Zitat sagen, was soll dieser Scheiß? Und dann gibt es andere Leute, die sehr begeistert sind. Also wie immer dieses Fahrzeug polarisiert. Der Sinn und Zweck, den stellen ja auch viele in Frage. Die kennen sich aber nicht mit dem amerikanischen Markt aus, denn ich muss ehrlich sagen, wenn wir elektrische Pickup Trucks haben, wie den Rivian oder auch von Ford den elektrischen Pickup Truck und natürlich auch den Cybertruck, dann wäre Amerika schon sehr geholfen, denn die Diesel und Benziner dort sind einfach unfassbar am Stinken. Und ja, man muss einfach sagen, das hat mit Nachhaltigkeit gar nichts zu tun. Und der Verbrauch eines Cybertrucks ist sicherlich umgerechnet um einiges effizienter als ein Diesel-Pickup-Truck. Und da muss ich sagen, ist es richtig, dass man solch ein Produkt von Tesla-Seite auf den Markt bringt. Was die Zulassung in Europa betrifft, natürlich kein Hinweis dazu. Und wir alle wissen ja, da sind natürlich einige Dinge und Hürden zu nehmen. Vielleicht gibt es ja auch ein lokal angepasstes Produkt in wenigen Jahren. Schauen wir jetzt allererstes mal auf die Angebote. Und zwar für amerikanische Kunden und ich versuche noch herauszufinden, ob das auch für europäische bedeutet, dass man 1.000 Dollar Rabatt bekommt. Ist nämlich jetzt die Möglichkeit da zu sagen, hey, ich habe gar keine Lust auf den Cybertruck, ist mir zu teuer, will ich nicht haben. Jetzt kann ich mir aber ein Tesla Model 3 kaufen für 1.000 Dollar Rabatt. Also das ist wie gesagt die Möglichkeit, gilt aber wie gesagt nur, wenn man eine Bestellung bis zum 31.12. macht. Wenn du es ganz schnell wissen willst, würde ich an deiner Stelle, wenn du eine Reservierung hast und das einlösen möchtest, direkt Tesla kontaktieren. Schauen wir uns mal die drei Versionen an. Wie beim Model 3 oder beim Model Y kennen wir ja schon drei verschiedene Versionen. Der Cyber Beast ist im Prinzip das, was wir als Performance-Variante kennen. Der All-We-Drive ist Allradantrieb, ist jetzt hier die Long-Range-Variante und dann natürlich die Hinterradantrieb-Version, die wir ja auch wie gesagt vom Model 3 und Model Y kennen. Ganz wichtig, es geht mit dem Cyber Beast los. Auch hier Parallelen zur Model Y-Produktion in Grünheide. Man fängt erst mal mit dem teuersten Fahrzeug an und dann soll es eben halt im nächsten Jahr auch in die Allradantrieb-Version und die Long-Range-Version gehen. Und dann erst in 2025 geht es dann in die günstigste Variante hinein. Ja, dann haben wir natürlich auch die Reichweite-Beschleunigung haben wir gerade gesehen. Die Höchstgeschwindigkeit, die liegt tatsächlich bei 209 kmh für alle Fahrzeuge. Und wenn es dann eben halt in den Cyber Beast geht, hat man natürlich mit dem Performance noch eine höhere Beschleunigung beziehungsweise in dem Falle auch Höchstgeschwindigkeit. Schauen wir uns mal die Reichweite an. 250 Meilen in der günstigsten Variante bedeuten 402 km. Da sagen schon einige, das ist ziemlich wenig. Dann haben wir natürlich hier 320 Meilen für 520 km. Das ist die Performance-Variante. Und eine Long-Range-Variante noch mit 547 km und 340 Meilen. Dann haben wir natürlich noch Horsepower, die liegt bei 600. Und dann haben wir natürlich auch noch das Thema Towering Capacity, die liegt bei 4.989 Kilo. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben hier nämlich natürlich das Thema Reichweite. Und da müssen wir nochmal drüber sprechen, denn es gibt eine Funktionalität, die so aber noch nicht offen ist. Man kann sich nämlich noch extra Reichweite hinzukaufen. Und dafür wird auch der Platz auf dem Cybertruck genutzt. Also das schauen wir uns gleich nochmal an. Wir sehen nämlich hier einen sogenannten Range Extender. Und dieser Range Extender würde also zum Beispiel bei der Performance-Variante mit 320 Meilen, beziehungsweise die 320 Meilen-Version würde somit dann auf 440 Meilen nach oben gehen. Und dieser Range Extender, da haben wir noch keinen Preis zu. Also das ist möglich. Ist sicherlich etwas, was nicht benutzt wird, weil man jetzt irgendwie Lust hat, mehr Reichweite zurückzulegen, sondern natürlich auch den Strom zu nutzen, wenn man eben halt irgendwo abseits ist, wenn man vielleicht Camping geht oder wenn man vielleicht zum Beispiel irgendwie Bauarbeiten hat und man muss eben halt noch eine Batterie nutzen für zum Beispiel Geräte und so weiter. Und da gibt es dann diesen Range Extender, wie man ihn hier nennt, der dir diese extra Reichweite oder eben halt Energie eben halt einfach gibt für jegliche Art von Funktionen oder auch bidirektionales Laden. Und ja, du hast richtig gehört, auch das wird möglich sein. Schauen wir uns aber im Laufe des Videos noch detaillierter an. Also das ist etwas, was Tesla so in der Vergangenheit noch nie gemacht hat. Und man kann wohl dann auch diese Batterie, die eben halt hinten auf dem Kofferraum drauf ist, diese kann man dann auch entsprechend wieder abmachen. Also je nachdem, ob man es braucht oder nicht, weil sonst hat man natürlich wieder zusätzlich Gewicht und müsste das durch die Gegend schleppen. Das ist natürlich auch nichts in der Sache. Man kann also dann, wenn man zum Beispiel jetzt hier im Bau arbeitet, dann könnte man sagen, hey, ich muss heute so viele Sachen transportieren. Ich brauche einfach mal ein bisschen mehr Reichweite. Und dann kann man das entsprechend dann noch hinzufügen. Oder wenn man eben halt im Campingbereich unterwegs ist. Ja, Reichweite kann man jetzt drüber streiten. Ich finde, da müsste noch mehr gehen. Natürlich, der Range Extender ist da. Aber in der Hinterradantriebversion, da ist man natürlich dann mit 402 Kilometern sogar auf einem niedrigeren Wert als die WLTP-Reichweite, die wir ja nun von einem Model 3 Standard Range kennen. Und das ist natürlich ziemlich wenig. Ja, richtig zu diesem Zeitpunkt natürlich auch ist noch ein Angebot, nämlich zur Cyber Week auf Tessi Supply bekommst du ab 160 Euro, wenn du etwas bestellst, automatisch noch für 12 Euro, den Sicherheitshammer oder auch Notfallhammer genannt, für alle Tesla-Modelle kostenlos dazu. Also ein solch ein Teil bei 160 Euro. Schau gerne auf Tessi Supply vorbei. Wir würden uns auf dich freuen. Bis Ende nächster Woche gilt dieses Angebot. Ja, dann schauen wir noch mal auf das Thema Power Share. Also man kann jetzt hier mit einer Power von 9,6 Kilowatt, das geht hier auf die Zertifikate auch von der USA, die Energie teilen. Das ist etwas, was eben halt ganz neu ist. Man hat dann die nominale Voltage bei 120, 240 Volt. Und das ist eben halt jetzt die Möglichkeit für dich, jegliche Art von Geräten oder vielleicht auch das Tesla Model Y dann noch mit 2, 3 Prozent aufzuladen. Dann haben wir hier einmal den Innenraum. Und der erinnert doch auch schon vom Design mit dem Bildschirm hinten. Das Design zieht sich ja jetzt durch alle Fahrzeuge, auch ans Tesla Model 3 Highland. Das hat man ja auch beim Tesla Model S. Und so kommt es jetzt auch in den Tesla Cybertruck. Wichtig, wir wissen jetzt noch nicht die finale Größe. Er kommt mir noch ein bisschen größer vor hier tatsächlich, als der Bildschirm, den man im Tesla Model 3 Highland hat. Auf jeden Fall das Design natürlich an das kantige Cybertruck Design angepasst. Und hier siehst du jetzt dann im Hinterbereich auch diesen Range Extender, was dann entsprechend diese Batterie ist. Man kann sich dann eben halt entscheiden, möchte man hier entsprechend das drinnen haben oder nicht. Und natürlich so auch wie bei den Kofferräumen im Model Y und Model 3 kann man natürlich dann auch hier, wenn man die Klappe hinten runter macht, natürlich das noch hochheben. Und hat unten natürlich auch wieder einen Kofferraum zusätzlich zu der Ladefläche, die man hier sieht. Also auch das ist gleich und wird auch so in dieser Form dann in der Cybertruck-Funktionalität natürlich gut angenommen werden, weil man eben halt hier ja im Vergleich zum Model Y kein Dach hat. Man könnte das Dach natürlich auch runter machen, aber es kann ja auch sein, dass man irgendwas Sperriges oben hat. Und dann kann man dieses Dach nicht zufahren. Und dann kann man die Sachen, die nicht nass werden dürfen, eben halt noch unten reintun. Dann haben wir einmal das Panoramadach. Sieht natürlich so aus, wie es aussehen soll, nämlich traumhaft. Es ist ja einer der wirklichen Favoriten, wenn es um das Tesla-Modell allgemein geht. Ein Panoramadach ist sehr, sehr schön. Und das sieht auch sehr gut aus im Cybertruck. Und du siehst auch im hinteren Bereich schon rechts und links an den Türen das Design-Technische. Das zählt sich jetzt durch mit diesem Highland auch. Wir haben hier jetzt die Innenraumbeleuchtung. Die zieht sich jetzt auch durch in den Cybertruck. Also vom Design-Aspekt her geht man hier viele gleiche Wege. Du siehst ja auch das Dashboard oben. Das wird ja auch dieser etwas fluffige Stoff sein, den man dann da hat. Es ist natürlich etwas kantiger gestaltet, aber es gibt vom Design her doch schon so einige Sachen, die einem ähneln. Und dann haben wir natürlich wieder das Lenkrad ohne die Hebel natürlich, so wie das in dem Tesla-Modell 3 Highland ja auch ist. Also auch das ist etwas, was jetzt hier fortgesetzt wird mit den entsprechenden Blinkern zum Drücken. Und dann siehst du hier auch noch die Mittelkonsole. Die ist natürlich ein bisschen anders, denn im vorderen Bereich ist tatsächlich nichts. Also unter dem Bildschirm hast du einen Freiraum. Die Mittelkonsole geht nur, wie gesagt, bis dort vorne, wo du das Smartphone siehst. Und dann gibt es einen freien Platz. Das heißt, du könntest theoretisch sogar noch was da hinstellen. Wenn du willst, einen Rucksack oder sowas, hast du noch die Möglichkeit da hinzustellen, wenn du es wirklich für nötig hältst. Also da ist ein Freiraum, der entsprechend dann anders gestaltet ist, als in den Fahrzeugen, die wir bereits von Tesla kennen. Ja, ich würde mich natürlich auch über dein Feedback freuen, was du über den Cybertruck denkst. Viele Bilder, viele Informationen. Es ist, wie gesagt, nicht zu erwarten, dass es in den nächsten vier, fünf Jahren in Europa hier einen Cybertruck geben wird. Also es bleibt spannend und hier haben wir noch das letzte Bild und da geht es nämlich um das bidirektionale Laden und so würde das dann aussehen mit einem Anschluss hinten direkt am Cybertruck. Schauen wir mal. Ich wäre sehr froh, wenn das dann natürlich auch noch aktiv auf einem ganz normalen Weg für die anderen Fahrzeuge auch klappt. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Es freut mich, dass du dabei gewesen bist und wünsche dir ein schönes Wochenende und wir werden uns hoffentlich morgen dann wieder hier auf diesem Kanal beziehungsweise Montag, um genau zu sein, sehen. Und bis dann wünsche ich dir, wie gesagt, eine gute Zeit. Also einen schönen Tag. Bis dann und tschüss. Bis dann. Vielen Dank.